Angeln in Island mit Markus, Toni und Daniel Guten Morgen, wir haben den langen Weg gemacht nach Island, sind eingeladen worden von Island Pro Fishing, relativ kurzfristig, ziemlich cool, sind vom Berliner Reikkerweg geflogen, dort dann einen kleinen Stopp gehabt und dann nochmal mit einer ganz kleinen Maschine hier in die absolute Einöde gebrettert. Richtig cool, so ein Chartered Flug, so einen Sicherheitscontroller habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt, nämlich dass es gar keine gibt. Wir sind jetzt angekommen hier in Flattery in einem kleinen Fjord, hohe Berge, es liegt viel Schnee, es ist tatsächlich ziemlich kalt und wir sind irgendwie hier auch in so ein Turnier reingeschlittert, da wir ja auch ein paar andere Sachen machen wollen hier als nur beim Turnier mitfischen, nämlich auch ein bisschen Fliegenfischen und so weiter, wusste ich jetzt nicht, ob es so viel Sinn macht, da überhaupt ran teilzunehmen. Daniel und Markus sind aber der Meinung, dass man das Ding einfach gewinnen sollte, in der Hälfte der Zeit. Auf jeden Fall, ganz ehrlich. Also wenn man da sowieso den ganzen Weg hierhin fliegt, bin ich auch der Meinung, man sollte auch den Porta holen. Heute steht Steinmeister auf der Tagesordnung, damit kann man heute den Tagessieg holen, für die Gesamtwertung ist natürlich heute alles irgendwie möglich. Ja, ich würde sagen, dementsprechend bauen wir jetzt erstmal unser Tackle auf. Okay, machen wir. So, es hat ein bisschen gedauert, wie ihr macht, wir wollten natürlich wirklich schauen, dass unser Tackle genau passt. Ich bin konzentriert im Moment. Die ersten paar Meter mit einem neuen Boot sind immer aufregend. Wir müssen jetzt da rüber, zu den anderen. Wir werden da ein bisschen Eis einladen für unsere Fischkisten. Ja, und dann geht's raus aus dem Fjord, wir gucken mal. Also, wir haben jetzt die ersten zwei Driften schon gemacht. Relativ kurze Drifte zum Starten. Es hat auf beide Driften schon geknallt in der Router. Zweimal hat es tatsächlich auch gehangen bei Toni. Auf jeden Fall habe ich keinen Fisch zu zeigen bis jetzt. Ich habe gemerkt, mit so einem Stück Oktopuskopf habe ich auch einen guten Biss bekommen. Leider habe ich den ersten Kopf verloren, aber ich habe ein gutes Gefühl mit diesem Oktopuskopf. Ja, wir sind jetzt hier einmal quer über den Fjord gefahren, auf die andere Seite. Hier sind wir auf jeden Fall ein bisschen windgeschützter. Das heißt, unsere Driften sind langsamer. Ich glaube auf jeden Fall, hier kommt jetzt so ein Steinweiß heraus. Shellfish! Shellfish! Yay! Mann! Also Leute, mein erster Fisch hier in Island. Nicht genau der Zielfisch, aber das nennt man ein Shellfish, hat Markus mir gesagt. Fisch! Oh, besser! Dann kommt es langsam hoch. Ja. Oh ja! Sieht wie ein Dorsch aus. Ja. Ist auch ein Dorsch. Yes, man! Ja, cool, Mann! Dorsch! So, auch mein erster isländischer Fisch ist an Bord. Schöner Dorsch. Fetschi! Geiler Mann! Was ist das für ein Talammer? Ist das ein Tier oder eine Pflanze? Also, Seegurke oder irgendwo. Aber vielleicht sieht es eher aus wie ein Avocado, See-Avocado. Ich weiß noch, was das ist. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Was ist das für ein Talammer? Boah! 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 Steini! Das ist geil, Mann! So, Markus! Geil, Mann! Hat funktioniert, oder? Neue Stelle! Richtig geil! Zielfisch! Super! Ja! Krasse Fische auf jeden Fall! Ja, auf jeden Fall! Richtig geil! Muss man sagen, wir hatten auch echt ganz schön Schiss, wie der erste ins Boot kam! Auf jeden Fall! Also, auf jeden Fall sind wir jetzt im Randon im Turnier, wie weit wissen wir noch nicht, aber Zielfisch haben wir jetzt gefangen! Höchst! Bist du schon nicht? Ja, hier noch einen. Nein, ja! Und da ist ja so, hier noch ... Was wird das nicht so, ich spiele, dass ich nicht im Lande fühle mich. Oh ja ... Oh ja ... Es ist eine ganze Welt. Man braucht es, oder? Da sind starke Fische hier draußen, oder? Steinbeißer. Oh, der sieht gross aus. Okay, ich habe ihn. Pitch mit, mein Junge. Pass auf. Er hat sich ein größeres Eingang gespielt als er ist da oben. Kann sein. Kann ich mir verkaufen? Ja. So, Marco, siebter Steinbeißer im Boot. Ja, der nächste. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen größere. Also schön, dass wir die Fische gefunden haben. Aber wir brauchen jetzt Fische größer als 87. 90. 90 sogar. Der ist kleiner, der hat irgendwie knapp 80. Trotzdem schöner Fisch. So, wir fischen jetzt vier Stunden ungefähr. Ja, am Anfang war ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so sicher, ob wir überhaupt den Zielfisch finden. Mittlerweile haben wir mehrere Fische gefangen. Haben wir uns gesteigert schon an der 90 genau. Ich glaube, da geht auf jeden Fall mehr. Wir wollen auf jeden Fall jetzt noch deutlich größere Fische angreifen. Bis gerade. Aber ja, eigentlich vor diesem Fisch gerade war es ein bisschen ruhiger die letzte Zeit. Deswegen dachten wir, wir nutzen auch ganz kurz die Chance, auch die Montage ein bisschen mehr vorzustellen. Markus hat gerade jetzt eine Montage rausgeholt, dass wir das ein bisschen mehr zeigen können. Das ist jetzt ein System mit zwei Beifängern, Gummi-Oktopusse, UV-Aktiv mit Rasseln und einem Auftriebskörper. Zusätzlich ein Stück richtiger Tintenfisch am Haken. Ganz am Ende haben wir einen relativ großen Bergmann-Pilker. Auch was ganz Klassisches hier für Island. Da kommt jetzt auch noch ein Stück Oktopus dran als zusätzlicher Reiz. Und dann geht das runter. Wir fischen hier jetzt zwischen Tiefen von ungefähr 20 und 30 Metern. Die Fische kamen tatsächlich auf so einer Kante, wo es einmal so zwei Meter abgebrochen ist. Von 26 auf 28. Ganz kurze Unterbrechung. Ich habe nämlich eine wichtige Info für euch. Für alle, die gerne Angelmagazine lesen, ist es besonders wichtig. Es gibt das Blinker Jahresabo. Aktuell, ich weiß nicht für wie lange noch, auf aboheld.de für unschlagbare 9,90 Euro. Für 12 Ausgaben, also unter einem Euro für jede Ausgabe. Das ist eine Preisreduzierung von über 85 Prozent. Ich denke, da kann man nicht so viel falsch machen. Wenn ihr keine Lust habt, dass sich euer Abo verlängert, dann solltet ihr sofort kündigen. Ansonsten verlängert sich das drei Monate vor Ablauf des Jahres. Ja, wollte ich euch nur kurz gesagt haben, wir haben es auf Facebook schon mal geteilt. Da gab es sehr viel positive Resonanz. Deswegen wollte ich den YouTube-Zuschauern jetzt auch die Möglichkeit geben, falls es interessant ist. Viel Spaß beim zweiten Teil des Videos. Was hübsches klein ist manchmal. Hübsch und klein ist es schon. So lila und grün. Sehr schöne Filke. Wunderhübsch und wunderklein. Es gab eine kleine Dürrephase, wo jetzt länger nichts kam. Aber wirklich auch nur eine kleine. Und jetzt wieder ein ganz guter Einstiegel. Das war auf jeden Fall wieder on stopp. Mit den Steinen. So, der nächste wirklich schöne Steinbeißer ist jetzt an Bord gekommen. Den Meter haben wir noch nicht ganz geknackt. Anna, du warst gar nicht schon knapp. Wir haben sogar zweimal extra gemessen. Leider sind wir von 99 auf 98 gerutscht. Also dann bleiben wir bei 99. Wir haben zweimal gemessen, einmal 99, einmal 98. Auf jeden Fall nicht den Meter, aber verdammt nah. Und es ist schwer. Ich glaube es geht um Gewicht. Da sind wir auch nicht 100% sicher, muss ich mir zugeben. Ich glaube große Fische fangen... Auf jeden Fall, wenn die lang sind, hilft es auch beim Gewicht in der Regel. Markus, Abendessen gesichert. Markus, Abendessen gesichert. Ah, man verliert die manchmal auch leider. Schade. Oh, ein Tangdorsch. Warte, ist das mal drin? Ganz schön. Ja, der ist schön. Orange gefärbt. So, wunderschön. Tangdorsch. Das heißt hier unten sind so Tankfelder, Seetankfelder, die auch so eine orangene Färbung aufweisen. Kennt man aus der Ostsee auch, aber nicht so stark. Also ich habe so einen Orangenen, den habe ich noch nie gesehen. Fast wie ein Goldfisch. Wow. Sieht fast aus wie ein Lieblingsköder Märchen. Übrigens, alle gefangenen Fische werden sinnvoll verwertet und von der Fangfote des Fischers abgezogen. So, wir haben gestern Abend die Fische extrem genießen können. Schellfisch haben wir probiert, Steinbeißer, für mich beide das erste Mal und waren beide extrem lecker. Wir stehen wieder jetzt hier. Heute Morgen geht das Turnier quasi offiziell los oder wird offiziell geöffnet, obwohl wir gestern quasi mitgefischt haben. Wir haben auch mittlerweile auch ein bisschen mehr mitbekommen von der Regel. Diese Tageswertung ist immer die Länge, also zählt die Länge von dem Fisch. Für diese Gesamtwertung von allen Fischen, da geht es immer um ein Gewicht. Ja, jetzt gleich gibt es die erste Zeit, sozusagen zu sehen, was man gestern gefangen hat. Wir sind ein bisschen gespannt, zu sehen, wie wir so liegen. Und ja, das werden wir jetzt anschauen, wie das da läuft. Name? Toni. Ach ja, wieder der nächste Mettler, ne? Die sind bei uns dran. Die sind bei uns mit drin. 96. Toni Wien, ne? Genau. 96. 8,86. Herzlichen Glückwunsch! Halt ihn fest! Halt ihn fest! Halt ihn fest! Was soll ich hier irgendwie festhalten? Ja, damit ich ein vernünftiges Foto habe. Von hier oder von dir? Ja, natürlich von dir! So, die Regel war ganz kurzzeitig wieder geändert worden, weil es war so knapp, es war wirklich ein paar Millimeter zwischen den verschiedenen Fischen da. Da haben die gesagt, okay, die machen das mit Gewicht. Und Reinhard, du hast das Ding geholt, he? Ich hab's geholt. Gratulation, hier ist unser erster Tagessieger. Wie schwer war dein Fisch? 9,8 Kilo. 9,8 Kilo. 9,8 Kilo. Also knapp 10 Kilo ist schon eine ganz gute. Ähm, ja. Dann fühlst du dich jetzt glücklich? Ja, schönen Preis auch abgeräumt. Danke, ja. Oh, damit hast du gestern schon gefangen, Daniel? Damit habe ich gestern gefangen. Ja? Also, ja wirklich, der ist ein guter Körner. Ja, im Fjord habe ich damit. Nein, ich hatte einen Steinbeißer Klopper. Steinbeißer Klopper? Ja. Na, das war auf jeden Fall der richtige Körner. Das hat auf jeden Fall den Sieg gebracht. Ja, ja. Also Leute, es geht richtig heiß zu hier. Wir haben die erste Tagessieger schon gekrönt. Und alle sind jetzt heiß wieder raus zu gehen für den zweiten Tag. In der nächsten Folge wandern Toni, Markus und Daniel zu einem wunderschönen Bergsee, um auf Saiblinge zu fischen. Am Nachmittag des selben Tages wird es für das Trio im Hafen von Flattery mit Ultra Light Tackle auf Plattfische gehen. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wir freuen uns, wenn wir doch auch in einem honouren Römer befinden. Schönen Sieg Oberstuhlern. Die Zeitung des Körner. Im Auftrag des Körner. Untertitelung des ZDF, 2020